Nun ist sie also bei uns angekommen, die Sahara-Luft. Sie ist über das Mittelmeer gezogen zu uns nach Deutschland. Zunächst kam sie schon vor ein paar Tagen an. Wir haben hier darüber berichtet, sie hat den Süden Europas erreicht. In Spanien wurden bis zu 40 Grad gemessen und dann ist sie immer um Deutschland herumgeschlichen. Nun hat sie uns voll im Griff, voll erwischt. Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen für die aktuelle Jahreszeit deutlich zu hoch liegen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Mittwochnachmittag. Ja, die Sahara-Hitze ist da. Da stellt sich natürlich für den einen oder anderen die Frage, wie heiß wird sie nun werden? Und vor allen Dingen, wie lange bleibt uns die Hitze erhalten? Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich hatte es schon vor ein paar Tagen gesagt, wenn so große Hitze erstmal zu uns kommt, dann haben die Wettermodelle immer wieder ihre Probleme, die Abkühlung richtig zu treffen. Und genau so ist es nun gekommen. Es hätte zunächst am Samstag kühler werden sollen, dann am Sonntag, dann am Montag und nun erst am Dienstag. Und das Ganze scheint sich einfach immer weiter hinaus zu zögern. All das schauen wir uns mal in diesem Wettervideo an. Doch zunächst beginnen wir mal mit einem Blick auf die Großwetterlagenkarte vom morgigen Donnerstag. Und das Hochzoi, das bringt von Osteuropa bis nach Mitteleuropa sehr viel Sonnenschein. Und diese beiden Tiefs hier, das Tief Stephan und dieses unaussprechliche Tief, die pumpen uns die sehr warmen Luftmassen aus der Sahara direkt zu uns nach Deutschland. Und das sehen wir mal sehr schön hier auf dem aktuellen Luftmassen- und Strömungsfilm direkt aus Nordafrika. Da kommt über das Mittelmeer Frankreich, später die Alpen, diese warme Luft bis zu uns nach Deutschland geströmt. Und sogar weit bis nach Nordeuropa. Und wir haben auch heute und in den kommenden Tagen einen sehr hohen UV-Index. Das heißt eine sehr hohe Sonnenbrandgefahr. Wer also rausgeht, längere Zeit in die Sonne, dann bitte unbedingt an Sonnencreme denken. Heute Morgen teilweise Temperaturen knapp unter 20 Grad. Heute Nachmittag Temperaturen bis zu 35 Grad in der Spitze kommende Nacht. Stellenweise nicht unter 20 Grad. Wir bekommen eine tropische Nacht. Morgen wieder richtig heiß mit Top-Temperaturen regional um die 34 bis 36 Grad. Ja und dann der Freitagmorgen teilweise wieder tropisch. Frühwerte um 20 Grad oder auch teilweise darüber. Und am Freitagvormittag schon um 10 Uhr Temperaturen um 30 bis 32 Grad. Ja und der Juni ist zur Hälfte vorbei. Und die erste Juni-Hälfte brachte eine mittlere Temperatur von 18,0 Grad. Und nur bezogen auf die ersten 15 Tage ist der Juni bisher jetzt schon 3,4 Grad zu warm. Beim Niederschlag wurde das lange Gesoll erst zu 29 Prozent erfüllt. Und beim Sonnenschein gab es bisher 137 Sonnenstunden. Und damit ist das Soll des ganzen Monats bereits zu 67 Prozent erfüllt worden. Und wann gibt es wieder Regen? Wir schauen uns mal hier die Niederschlagstummen an bis zum Sonntagfrüh. Und wir stellen fest im gesamten Osten, vor allem hier von der Ostseeküste bis nach Berlin-Brandenburg, bleibt es trocken bis zum Sonntagmorgen. Und auch hier im Südosten fällt fast nichts vom Himmel. Dagegen hier im Westen haben wir teilweise Niederschlagssignale. Das sind aber immer nur punktuelle Schauer und Gewitter. Und da kann sich dieser Schwerpunkt immer wieder mal verschieben. Das ist momentan nur ein grober Trend. Das will heißen, im Westen sind Schauer und Gewitter möglich bis Sonntagfrüh. Im Osten und Südosten bleibt es weitgehend trocken bis zum Sonntagmorgen. Und das bei teilweise großer Hitze. Wir schauen uns mal die einzelnen Nachmittage an, die da kommen. Wir beginnen mit morgen Nachmittag. Nur ein ganz geringes Risiko für Hitzegewitter. Vor allem hier im Nordwesten, teilweise auch im Südwesten. Im Rest des Landes strahlender Sonnenschein. Und auch der Freitagnachmittag ist relativ ähnlich. Im Osten viel Sonnenschein, auch im Südosten viel Sonne. Aber hier im Nordwesten und Westen, da gibt es dann schon hier und da ein paar Schauer und Gewitter. Am Samstagnachmittag dagegen wieder relativ ruhig. Ein paar hohe Wolkenfelder, viel Sonnenschein. Aber nur ganz vereinzelt sind hier und da vielleicht mal ein paar Hitzegewitter möglich. Und wir schauen noch weiter auf den Sonntag. Und der deutet zumindest im Westen eine kleine Gewitterfront an. Hier und da zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Mit Starkregen, Sturmböen, Hagel, also eben auch teilweise unwetterartig. Aber im Osten bleibt es ruhig. Da geht es wirklich schön sonnig weiter und auch ziemlich heiß. Und wir gucken uns gleich mal die Temperaturen an dazu. Die Höchstwerte morgen schon im hochsommerlichen Bereich. 32 bis 35 Grad. Hier im Westen des Landes auch knapp 36 Grad. Und heiß geht es auch am Freitag weiter. Dann der Hitze-Hotspot Richtung Berlin, Brandenburg in der Spitze. Gemessene 36 bis 37 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt an. Die Schwüle wird immer größer. Gefühlt liegen wir hier bei 40 Grad. Und ansonsten Temperaturen so 31 bis 36 Grad. Und dann wird es spannend. Ich sagte es schon, es sah ja mal so aus, als würde es ab Samstag wieder kühler werden. Tut es auch immer noch, aber nur hier im äußersten Nordwesten. Temperaturen um die 20 bis teilweise 28 Grad. Aber die Hitze hält dagegen im Rest des Landes am Samstag 30 bis unerträgliche 37 Grad. Und auch am Sonntag, da schafft es nach aktuellem Stand die kalte Luft einfach nicht nach Osten voranzukommen. Ganz im Gegenteil. Nur hier im äußersten Westen bleibt es kühler, aber hier auch verbreitet schwülwarm. Bei Temperaturen um 22 bis 27 Grad. Im Rest des Landes eine Affenhitze 32 bis 38 Grad. Und auch am Montag, da kommt diese Abkühlung wirklich nur ganz schleppend voran. Mit ein bisschen Glück bis nach Hessen rein, bis zur Landesmitte. Aber ansonsten bleibt es noch mal heiß im Norden, im Osten, im Südosten. Temperaturen 31 bis 37 Grad. Und jetzt schauen wir noch mal auf den Dienstag. Irgendwann muss die Hitze doch mal weg sein. Und auch am Dienstag, da bleibt es immer noch bei einem Hitzetag sehr wahrscheinlich. Hier im Osten Temperaturen 30, 31 Grad. Aber zumindest dann mal hier im Westen angenehmer. 21 bis 24 Grad. Doch die Luftmasse ist weiterhin immer noch ein bisschen schwül. Also es geht auch hier noch recht unangenehm weiter. Wir blicken mal auf diesen besagten Montag. Und dann sehen wir hier sehr gut, diese heißen Luftmassen, die strömen aus Nordafrika bis zu uns nach Mitteleuropa, bis nach Osteuropa. Und da versucht so am Montag die kühle Luft hier aus Westen dagegen zu halten. Sie schafft es aber noch nicht so ganz. Wir schauen mal einen Tag weiter auf den Dienstag. Und dann scheint tatsächlich nach dieser aktuellen Prognose die kältere Luft hier im Westen Fuß fassen zu können. Aber noch halten die warmen Luftmassen immer noch so ein bisschen im Osten dagegen. Aber wir sehen, das ist ein ziemlich unsicheres Spiel momentan. Denn hier nach Osten hin, da liegt ganz schön viel Hitze noch bereit. Und ob das wirklich so kommt, das müssen wir noch abwarten. Man kann irgendwie festhalten momentan, die Hitze ist hier doch ziemlich in der Überzahl, wenn man vergleicht mit diesen kühlen Luftmassen, die hier quasi bereit liegen. Aber wie gesagt, das müssen wir noch abwarten, wie sich das genau weiterentwickeln wird. Zum Schluss noch der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für die Mitte Deutschlands bis zum 2. Juli mittlerweile schon. Und das sind die Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Da gibt es mittlerweile sogar einen zweiten Wärmepiek, der geht Richtung 25 Grad Marke in 1500 Metern Höhe. Und deswegen wird es auch am Sonntag nochmal so heiß werden vorübergehend mit Temperaturen nahe der 40 Grad Marke. Und danach könnte es langsam kühler werden. Aber auch dann bleiben wir ungefähr um diese braune Linie herum. Und die braune Linie ist das langjährige Klimamittel. Und da liegen wir in den kommenden Tagen deutlich darüber. Das liegt so irgendwo bei 6, 7, 8 Grad. Und wir erreichen dann knapp die 20 Grad. Niederschlagsignale sind mit dabei, so ab dem 18. und 19. Juni. Und das sind dann meist eben Schauer und Gewitter oder eben auch Unwetter. Wir halten also fest, die Hitze scheint in die Verlängerung zu gehen. Mindestens bis Montag sehr heiß in weiten Landesteilen. Ausnahme Nordwesten, da könnte es angenehmer werden. Aber auch das ist noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Vielleicht gibt es aber noch ein bisschen was an Glück und dann rutscht die Kühlluft ein bisschen früher rein. Aber momentan sieht es jedenfalls nicht so aus. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Tag.